In den Lenkzylindern drehen wir den, das kannst du einstellen, dass der nicht volle Kanne an die Kachsgeometrie drückt wird, dann fährt er die Längung auf, das trömt ans Öl im Zylinder über. Oh, das ist viel zu geil. Viel zu viel aufbauen. Wenn du das wirklich begrenzt willst, machst du den Zylinder auf, schaust rechts und links ein Scheibchen rein und fertig. Das haben wir ja. Man wird mir die Längung ja die Achsen gucken. Wahrscheinlich. Ja, das ist. Ja, das wird leicht. Ja. 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 Ja, dasgesetzte. Okay. Ahh. subur Ich habe mir geschwore, ich wechsle nicht, ich bleibe drin stehen, es hilft nichts, sonst Es gibt heute Abend lang Schichten, sieben Uhren, um mitzuschreiben. Wenn sie hier noch länger machen, dann ist es ja gut. Nicht schon 1 bis 9 gemacht. Ich sage nur, wenn sie länger machen, dann ist es ja gut. Aber wenn sie dort sagen... ... 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